Ich bin Sebastian, sechs, drei Jahre aus Bremen. Ich bin selbstständiger Mediengestalter, würde wahrscheinlich von dem bedingungslosen Grundeinkommen profitieren, bin trotzdem dagegen. Ich will dieses, was Omo schon angesprochen hat, den neoliberalen Teil der BGE-Anhänger kurz vorstellen, nicht um das als Stromanargument vorzutragen, sondern weil ich glaube, dass es ganz spannend ist, dass dieses BGE eben so unterschiedliche Positionen in sich vereinen kann, was da eigentlich dahinter steckt und wo dann da auch das Problem ist. Ein Anhänger vom BGE ist Thüringens Ex-Ministerpräsident Althaus, dessen Modell sagt, dass jeder 420 Euro bekommen soll, das ist weniger als Hartz IV. Thomas Strauper, der Präsident vom Hamburger Weltwirtschaftsinstitut, ist der Meinung, dass ein BGE Mindestlohn, Tarifverträge etc. überflüssig machen würde und sieht das BGE als ein ganz gutes Mittel, um Gewerkschaften ein bisschen zu und zu machen. Gönz Werner, der auch ganz bekannt ist als BGE Anhänger, der Chef von WM, möchte gerne die Gewerbesteuer, die Körperschaftssteuer, die Einkommenssteuer auf Kapitalgesellschaften abschaffen, also alles das, was irgendwie Millionäre und sowas bezahlen quasi und das BGE und das bedingungslose Grundeinkommen durch eine hohe Mehrwertsteuer, davon ungefähr 50% finanzieren. Und auch der Telekom-Chef Höfges ist dafür, Joe Kaeser ist dafür, der gesagt hat, Arbeiter sind arm, weil sie keine Aktien besitzen. Und der Chef von Tesla, von Tesla, Dylan Musk, der letztens einen Sportwagen in den Weltraum gejagt hat, der Chef von Facebook, Mark Zuckerberg und sowas, das sind alles BGE-Befürworter. Und das ist ja ein bisschen merkwürdig, warum das so ist. Und ich glaube, ein Grund dafür ist, dass sie sich immer erhoffen, dass das BGE einen Kombilohneffekt hätte. Also, dass das Kapital weniger Löhne bezahlen müsste, weil der Staat ja schon ein bisschen was zahlt. Götz Werner hat das selber mal so beschrieben, wenn beispielsweise eine Polizistin heute 1500 Euro verdient, was schon mal sehr wenig ist, aber, und das Grundeinkommen wäre 1000 Euro, dann würde sich für sie zunächst nichts ändern, als dass ihr Einkommen dann aus zwei Teilen steht. 500 Euro Gehalt und 1000 Euro Grundeinkommen. Was klar ist, ist, dass das Modell, was Omo gerade vorgestellt hat, ja ein ganz anderes ist. Das Ziel ist offensichtlich ein anderes, es geht nicht um ein Kombidomodell oder sowas, sondern es geht darum, angesichts der Schikane im Jobcentrum und so weiter, Armut abzuschaffen und für viele Menschen ein schönes Leben zu erreichen. Das ist ein heeres Ziel. Ich glaube aber, dass wir uns als Linke darüber streiten müssen, welche Forderungen es sind, die es uns ermöglichen, eine möglichst starke Bewegung aufzubauen, die gegen Ungleichheit, Ausbeutung, Armut und so weiter auch kämpfen kann. Und ich glaube, dass das BGE das eben nicht leisten kann. Ich glaube sogar, dass das BGE da eine gefährliche Illusion ist, die mit diesem bürgerlichen und neoliberalen Modell möglicherweise enden wird. Ein paar Gegenargumente, also auf ein paar davon bist du auch schon eingegangen. Du hast jetzt am Ende ja nicht mehr so viel Zeit, aber wir haben ja genug Zeit jetzt noch in der Diskussion. Also ein Argument ist, dass das BGE Ungleiche gleich macht. Alle bekommen ja die gleiche Summe, egal ob sie Millionäre sind, ob sie einen Vollzeitjob haben oder gar keinen, ob sie eine Eigentumswohnung haben oder Miete bezahlen müssen, ob sie krank sind oder eine Behinderung haben. Und ich glaube, wenn man die Ressourcen von der Gesellschaft gerecht verteilen möchte, dann braucht es Bedürftigkeitsprüfungen in irgendeiner Form. Und damit meine ich nicht, dass den Erwerbslosen in die Kühlschränke geguckt wird, wie es jetzt gemacht wird unter dem Hartz-IV-System, sondern dass Millionäre zum Beispiel offensichtlich keine Hilfe brauchen, dass Leute, die eine Eigentumswohnung haben und keine Miete bezahlen müssen, dass die auch weniger Hilfe brauchen als welche, die in München oder Berlin wohnen, wo die Mieten explodieren. Und ich glaube, wenn man diese Bedürftigkeitsprüfung nicht hat, wird man für so eine Forderung auch keinen Rückhalt in größeren Teilen der Gesellschaft bekommen. Zweiter Punkt, die Finanzierung. Es gibt so ein paar Spezialisten, die sagen, das BDE würde sich quasi von selbst finanzieren, weil das Personal der Bürokratie sozusagen eingespart werden würde. Völliger Quatsch. Also es sind 100.000 Beschäftigte ungefähr, die bei den Jobcentern arbeiten, und wenn man davon ausgeht, dass sie irgendwie 4.000 Euro Argergieber pro Tod bekämen, wären das 400 Millionen Euro im Monat. Davon würde jeder in Deutschland 5 Euro bekommen. Also finanziert sie nicht von selber. 1.000 Euro BGE würden knapp 1 Billion Euro kosten. Und 1 Billion Euro sind mehr als alle Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen zusammen. Und entspricht ungefähr einem Drittel des Brutto-Nationaleinkommens. Und wenn man das schaffen will, dass wirklich der Staat jeden 1.000 Euro bezahlt und diese 1 Billion Euro irgendwo herkommt, und das nicht durch Mehrwertsteuer und Massesteuern und solche Sachen gemacht werden soll. Weil das dann den Effekt hätte, dass zwar alle dann BGE bekommen, aber das Geld, was die da sozusagen bekommen, dann aus der anderen Tasche wieder rausgenommen bekommen. Es bräuchte ein enorm gutes Kräfteverhältnis, um das Kapital deswegen einen so großen Teil seiner Profite aufzugeben. Und selbst wenn das klappen würde, Verdi hat diese Broschüre rausgebracht, die ist da vorne beim Eingang auch, die ist sehr spannend. Es sind viele gute Argumente dabei. Selbst wenn man das Kapital stark besteuern würde, müsste man trotzdem in jedem Fall in irgendeiner Form Massensteuern erhöhen. Also Lohnsteuer, Mehrwertsteuer und so weiter. Und übrigens, wenn man nur durch die Mehrwertsteuer das BGE finanzieren wollen würde, wäre ein Mehrwertsteuersatz von 150% nötig, sagt Verdi. Also das ist schon ganz ordentlich. Und selbst wenn irgendwann ein hohes BGE eingeführt werden würde, würde für so eine Reform den Weg in eine Reform gehen, dass die irgendwann unter Druck stünde. Und dann so technische Details, wie ein fehlender Inflationsausgleich oder sowas ähnliches, dazu führen würde, dass dann, um es mit Marx zu sagen, die ganze alte Scheiße von vorne losgeht. Ein weiteres Argument für das BGE ist, dass die Löhne steigen würden, weil ja niemand mehr gezwungen wäre, sich für einen Hungerlohn zu verkaufen. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Weil die Lohnhöhe sich nach drei Faktoren bemisst. Einmal die Lebenshaltungskosten, dass man nicht verhungert, weil ansonsten wäre es ja doof. Der zweite Faktor ist gewerkschaftliche Durchsetzungsmacht. Und der dritte Faktor ist Angebot und Nachfrage. Und da ist es so, dass Leute mit niedriger Qualifikation, von denen es viele gibt, aber nur wenig Jobs, dass die weiterhin schlecht bezahlt werden würden. Und auch bei Mediengestaltungen, wie ich es bin zum Beispiel, würde ein BGE wahrscheinlich dazu führen, also ein Selbstständiger würde wahrscheinlich dazu führen, dass, weil ja jeder noch so schlechter Zuverdienst, ein Zuverdienst wäre und deswegen willkommen wäre, wäre es dann so, dass man einen niedrigeren Preis anbieten könnte. Dass ich sagen könnte, ja klar, ich mache hier dann Jogo für 50 Euro oder irgendwas. Und das würde dann die Unternehmen und andere Mediengestalter unter Druck setzen, eben auch solche Dumpingpreise dann zu bezahlen. Das würde Druck auf die Tariflöhne bedeuten und Druck auf die Löhne insgesamt. Der vierte Punkt, der auch in der Präsentation zwischendurch vorkam, ist die Hoffnung, dass man mit einem bedingungslosen Grundeinkommen die Lohnarbeit als Ganzes überwinden könnte. Und da muss man sich die Frage stellen, was ist eigentlich Lohnarbeit? Und ich glaube, was klar ist, es gibt schon eine Art Zwang, dass man arbeiten muss, jetzt nicht nur staatlich durchgesetzt, sondern irgendjemand muss die S-Bahn fahren, irgendjemand muss den Müll wegbringen, irgendjemand muss, naja, Medien gestalten, weiß ich nicht. Aber das Ding an der Lohnarbeit ist eben, dass ein Teil von dem, was man da erarbeitet, sich privat angeeignet wird durch den Arbeitgeber. Ich glaube, der Zwang zur Arbeit in irgendeiner Form kann nicht verschwinden, aber diese private Anreignung, die kann verschwinden. Und damit würde sich der Charakter von Arbeit eben verändern. Und dafür bräuchte es aber eine Vergesellschaftung von Produktionsmitteln, von Fabriken, von Server, von Netzen, von allem, was halt gesellschaftlichen Reichtum erzeugt. Und BGE-Befürworter glauben, dass man einfach den ökonomischen Zwang aushebelt, indem halt alle genug Geld haben, und zack, ist die Lohnarbeit aufgehoben, ohne dass sich irgendwas an dieser privaten Anreignung verändern muss. Und das ist, glaube ich, gefährlich. Weiterer Punkt, dass Tätigkeiten außerhalb von Lohnarbeit finanziert werden können, also Hausarbeit und freiwillige Arbeit im Sportverein, oder kein anderes. Gerade bei Hausarbeit, finde ich, ist das eine gefährliche Anwendation. Weil, erstens, die Bezahlung ziemlich beschissen wäre, also für 1.000 Euro oder 1.200 Euro, sich um seine Angehörigen zu kümmern, oder sowas, ist, ja, wie gesagt, eine schlechte Bezahlung. Und zweitens, glaube ich, dass private Hausarbeit total unprofessionell ist eigentlich. Also, man muss sich seinen Rücken kaputt heben, weil man nicht das richtige Bett hat, um die Leute aufzurichten. man versorgt die Kinder, weil man keine Ahnung von Kindererziehung hat, und Kranke werden unsachgemäß versorgt. Ich glaube, dass der Effekt von einem BGE wäre, dass es mehr Rückzug ins Private geben würde, und eine Hausfrauisierung eigentlich, und das wollen wir nicht. Also, das BGE will nicht die Anerkennung von Kehrarbeit verbessern, sondern eben zurück, also Frauen wieder vermehrt, an Heim und Herd drängen. Ich glaube, was wir stattdessen bräuchten, wäre eben eine Vergesellschaftung, von Sorgearbeit, dass es überall Gemeinschaftsküchen gibt, dass es gut ausgestattete Kitas gibt, und gut ausgestattete Pflegeeinrichtungen, mit ausreichend qualifiziertem Personal, wo Jung, Alt und Krank irgendwo versorgt werden. Weiterer Punkt. Ob das BGE nicht eigentlich die einzige Antwort ist, auf eine Gesellschaft, der die Arbeit ausgeht. Das kam auch in deinem Referat vor, mit Industrie 4.0 und sowas. Wahrheit ist, dass der Gesellschaft die Arbeit überhaupt nicht ausgeht. Also, einmal ist Kehrarbeit eben, also diese Sorgearbeit, die ich gerade angesprochen habe, eine Sache. Aber das Entscheidende ist, dass tatsächlich nur Arbeit Werte schafft, und Maschinen im Prinzip nur Werkzeuge sind, die die Produktivität erhöhen können. Und es ist so, dass die Produktivität im Moment sogar langsamer steigt, als zum Beispiel in den 70ern, wo sie so um 4% gestiegen, sind im 80er und 90er um 2% und heute steigt sie noch so um 1,2%. Also es ist nicht so, dass jetzt durch Industrie 4.0 auf einmal das alles mega explodieren würde und wir alle irgendwann keine Arbeit mehr hätten. Und selbst, wenn es so wäre, dass uns die Maschinen und Roboter und irgendwelche Cyber-Systeme uns alle Arbeit wegnehmen würden, wäre die Antwort darauf nicht, zu sagen, okay, wir akzeptieren diesen Zustand und sagen, zwei Drittel, so wie es jetzt ist, müssen irgendwie 40, 50, 60 Stunden schuften und ein Drittel ist dann eben dazu gezwungen, nicht zu tun. Man kriegt dann zwar irgendwie 1200 Euro WDE, aber naja, ist dann halt so. Und gleichzeitig hast du eben 1%, was in absurdem Reichtum schlägt. Und das kann eigentlich kein Zustand sein, den wir akzeptieren. Und ich glaube, die Antwort auf den Fakt, dass Leute erwerbslos sind und andere eben Überstunden schieben müssen, muss eben ein gemeinsamer Kampf sein um Arbeitszeitverkürzungen. Eine 30-Stunden-Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich würde zum Beispiel 5 Millionen Neujobs bringen. Das wäre super. In Wirklichkeit ist es gar nicht so, dass uns eine Post-Arbeitsgesellschaft droht. In Wirklichkeit es sind mehr Menschen auf der Welt, Arbeiterinnen als je zuvor. Aber was auf jeden Fall so ist, ist, dass die prekäre Arbeit insgesamt zunimmt. Und da muss man sich angucken, woher es kommt. Das hattest du gesagt, da sind wir uns einig. Der Grund dafür ist Neoliberalismus und der Grund dafür wiederum ist, dass der Kapitalismus in der Krise steckt. Also Profite wollen mehr werden und es gibt aber nicht genug ausreichend profitable Anlagemöglichkeiten, weil die Leute gar nicht mehr das Geld haben, um das ganze schöne Zeug zu kaufen, was produziert werden kann. Ein weiterer Grund ist allerdings auch, dass die Arbeiterbewegung insgesamt im Rückzug sich befindet. Es gab lange keine Siege der Arbeiterbewegung mehr und das führt dazu, dass das Vertrauen in Arbeitskämpfe, in Gewerkschaften, in die Arbeiterbewegung insgesamt schwindet. und viele scheinen glaube ich diese Idee, dass man eine sozialistische Gesellschaft erreichen könnte oder überhaupt eine andere Gesellschaft irgendwie unrealistisch und deswegen, daher kommt es glaube ich, dass das BGE dazu eine Art Utopieersatz wird. Also es ist scheinbar leicht zu haben, weil das nur eine politische Entscheidung ist so und kann aber total viel. Also die Löhne würden steigen, es wäre mehr Freiheit, da die Lohnarbeit würde überwunden werden und das alles ohne eigentlich die gesellschaftlichen Grundlagen in Frage zu stellen. Also den Privatbesitz an Produktionsmitteln zum Beispiel, den müsste man nach BGE gar nicht ertasten. Das Ding ist aber, dass für das Kapital, das BGE eben ein perfektes Einfallsforst eigentlich, weil es eben so ein Etikett ist, was dann von Linken emanzipatorisch aufgeladen wird und es sind dann halt nur so ein paar technische Details, die das emanzipatorisch dann vom neoliberalen Grundeinkommen trennen, paar hundert Euro mehr oder weniger, fehlender Inflationsausgleich, Massenbescheuerung und so weiter und zack wird halt aus einer vermeintlich jemals emanzipatorischen Utopie eine völlig neoliberale, furchtbare Dystopie. Das wollen wir glaube ich nicht. Und statt diesem Etikett und dieser Worthülse bedingungsloses Grundeinkommen, das halt entweder links oder rechts ausgelegt werden kann, glaube ich, brauchen wir ein klares Programm, das die Einheit der gesamten Arbeiterklasse herstellen kann und das wäre eben der radikale Arbeitszeit verkürzenden Lohn- und Personalausgleich, 30 Stunden ist wahrscheinlich sogar noch zu viel bei dem heutigen Stand von Kultivität. Davon würden Erwerbslose eben so profitieren wie die Arbeitenden. Es braucht einen Kampf um einen massiv erhöhten Mindestlohn, ohne jegliche Ausnahmen. Es braucht eine Sanktionsfall-Mindestsicherung für alle, die es brauchen, von 1050 Euro. Und schließlich braucht es auch die Vergesellschaftung von Produktionsmitteln, um den Charakter von Arbeit und von Produktion grundsätzlich zu ändern, also für gesellschaftlichen Bedarf statt für Profit. Und also statt für 1000 oder 1200 Krümel pro Monat zu kämpfen, sollten wir für die gesamte Bäckerei kämpfen. Danke. Applaus 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 Vielen Dank.